Ja, nee, aber so politisch wollte ich gar nicht werden. Darf ich auch gar nicht, hat meine Freundin gesagt. Aber manchmal, du kennst das vielleicht, manchmal muss ein Mann tun, was ein Mann tun muss. Und seine Freundin wird ihm sagen, was das ist. Und sie sagt, mach was Positives, damit die Leute sich wohlfühlen und etwas gegen Unzufriedenheit haben. Ja, okay, das ist einfach. Was ist gut gegen Unzufriedenheit? Ein schöner Job. Deswegen habe ich beim Film gearbeitet. Das war klasse, weil ich Filmen sowieso geil finde. Und das, was ich an Gehalt zu wenig bekommen habe, konnte ich durch mangelnde Freizeit gleich wieder wettmachen. Ja, dann willst du das Geld auch ausgeben in so einer 170-Stunden-Woche, ne? Einzelhändler hassen ihn für diesen Trick. Apropos Einzelhandel. Als ich in der Schule war, habe ich im Edeka gejobbt. Und das war klasse. Da standen bei mir immer die ganzen Omis an. Drei Kassen offen, an zwei nichts los, der ganze Laden leer, bei mir 30 Omis. Und dann meinte eine auch mal so zu mir, Ah, man merkt, sie machen das nicht hauptberuflich. Sie lächelt immer so schön. Fand ich auch lustig. Meine Kolleginnen nicht. Aber auch hier sollte das Lachen mal vergehen, ne? Eines Tages kommt so ein Typ zu mir an die Kasse, 13, 14, älter war der auf gar keinen Fall, ne? So Schlabberklamotten hier, so Schlabbershirt, Baggypants, volles Programm. Und knallt mir drei Stangen Zigaretten und zwei Flaschen Absolut-Modka auf mein Band. Ja, habe ich den jungen Mann gefragt, so nach seinem Personalausweis. Und der pöbelte rum. So was habt ihr noch nicht erlebt. Was Personalausweis, ich feier deine Mutter. Gut, feiern hat er nicht gesagt. Als ich etwas an Nullfassung. Jedenfalls so, ich feier deine Mutter ins Hirn. Ja, okay. Sorry, aber ich muss das fragen, wenn ich der Meinung bin, dass Ich scheiß auf deine Meinung, ich nehm den Scheiß jetzt mit. Und das war mir so unangenehm. Ich habe gesagt, sorry, das ist auch nicht persönlich. Aber ich muss auf Nummer sicher gehen, dass du das kaufen darfst. Ich kaufe, was ich will, du Drecksmongo! Ja, was sagt man darauf? Dreckig, okay. Ich hätte an dem Morgen duschen können, aber wie jemand aus der Mongolei sehe ich einfach nicht aus. Da habe ich gesagt, du, wir können gerne den Chef rufen. Ja, ruf doch den Chef, ruf ihn doch! Ja, habe ich gemacht. Herr Schindler, Kasse 1, bitte. Gewartet, in der Zwischenzeit haben sich meine 30 Omis dazwischen geworfen, haben den Typen gescholten und so, Oh nein, älter als 16 sind sie niemals! Sie sollten sich was schämen! Und sie sind auskunftsweiße! Dann, bevor er auf die losgehen konnte, kam endlich der Chef. Herr Schindler, super Typ. Ein Blick, Situation gescannt. Alles klasse, ne? Er sagt, Alex, das geht in Ordnung. Okay, ich, den Pöbeljungen und meine 30 Omis noch ausgeschickt, bin zu mir ins Büro und habe gesagt, Herr Schindler, wie soll ich damit umgehen, wenn so ein 14-jähriger Pöbeljunge mir wegen Zigaretten und Alkohol die halbe Kasse abreißt? Dann sagt er zu mir, Alex, dieser 14-jährige Pöbeljunge war eine 35 Jahre alte Frau. Ja, das war unerwartet.